Hallo und herzlich Willkommen zurück zum nächsten Mario Kart 8 Online Part und diesmal mit einem weiteren Rennen und ich bin jemandem wieder von meinen SRT nachgeschäunt, dass der Janita ist. Ja, da bin ich und kein weiter von den Bekannten hier. Ich fahre eigentlich nur gerne, wenn jemand aus meinem Clan schon da drin ist oder aus meiner FL, wer weiß. Ob das lohnenswert ist oder nicht, das sehen wir bald. So, möge das erste Rennen beginnen. Welche Strecke wird es heute sein? Ach komm, so knapp von meiner Strecke. Ich hab Lust auf Yoshi-Tal. Yoshi! Oh, Japan ist noch dabei. Schön! Ich fahre mal global. So, Gamepad neu anpassen für die Karte. So, bereit oder nicht? Hier komm ich. So, haben wir schon Feuerball schon hier drin? Keine Ahnung. Wow! Hä? Wie war die Wette? Kam es nicht von vorne? Das war jetzt verwirrend. Ich möchte es später mal genauer sehen. Ja, natürlich! Der ging noch an mir! Rechts! Links! Vorbei! Und trotzdem bitt er noch so ab! Als ob! Als ob! Ach komm, ich bin jetzt schon verarscht! Ich bin jetzt schon wie Mario Kart oder wie? So schnell? Das ist ein bisschen zu früh. Ein bisschen. Und natürlich. Ich bekomme den Spotter-Item des Jahrhunderts. Ein Luba. Ein verfügter Luba. Man kann dies auch mal auf und zu lecken. Das sieht man ja auf der Karte. Ich ja schon, dass es leckt. Das zwei Spiele bleiben ja stehen, aber die haben ja beide Alteb, sonst wird es kurz siebter. Ja. Das ist ein Durchschnitt. Hier ist auch eine kleine Abkürzung. Wuiiii! Alter! Der Raum leckt ja. Wow! Ich hab noch gebremst! Wie konnte der andere mich noch hier überholen? Und krieg ich mal besseres Item als eine verkrückten Pilz? Ähm... Weckt der Raum ein bisschen, oder? Eieiei! Ich weiß gleich was mit dem... Was geht's mit dem Raum hier los? Bitteschön! Krieg ich Pilze zumindest? Jawoll! Zumindest Pilze die Abkürzung noch. Als ob! Als ob! Acht, als Item kommt bitte was Gutes. Reihe Pilze. Okay. Einmal hier durchfahren. Einmal diese Rampe. Huiii! Nein! Welche Spannmengen nach hinten? Oh, Riesel, äh... Green... Green Shell! Bis jetzt Farben sind, oder wie? Komm schon, Pilze, 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 Pilze! Jawoll, Pilze! Eieiei, was ein Anstieg. Wow! Aber es sieht auch ein bisschen Chaos hier. Komm schon, nochmal Pilze! Komm schon, Pilze! Pilze! Ja, geht doch! Jaja, was? Wer hat dich überholt? Hä? 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 Warte, waren wir ja nicht eben hinter mir? Jetzt ist er vor mir? Hat er euch entscheidend dieses Spiel? Jo! Ich glaube, ich glaube, ich... Ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Partner halten würde. Der Partnerarme wird doch ein bisschen einfacher zu finden sein. Hoffe ich. So. Ja, ich bin ein bisschen aggro. Boah! Bleck in der Babypuff! Das wäre das Schlimmste! Das wäre das Schlimmste! Hi, Ika! He, Glück! Das würde ich auch hier brauchen. So! Von Ika ist wieder rausgeflogen. Eieiei! Ist der Raum überhaupt stabil? Ähm... Leck der Raum! Da wäre jemand leckende Runde! Weiter geht's! Weiter geht's! Mit diesen schönen Ränden! Und hoffentlich der weniger leckt! Und diese Hitze kann mich mal! Hehehe! Oh nein! Es ist Babypuff! Und das noch mit Lecken! Kann ich rückwärts fahren? Hehehe! 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 Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da was gut machen kann! Wenn das leckt! Oh doch, diese schreckt das! Und wenn das jetzt auf 200... Ach du Schande! 200 leckend! Natürlich! Können wir die Wäsche mal auf den anderen gehen! Nicht nur auf mich! Wenn mir freut das... Hallo! Selbst die Items lecken! Hallo! Items! Alter! Dieses Items laden zu lang! Hallo! Hallo Items! Zeig dich mal! Na geht doch! Hallo! Ey, dieser... Ja, der Raum leckt deutlich! Nein! Dieser Bobo fahre ich nicht drauf! Komm schon! Alter! Eigentlich... Wenn wir direkt schnell kurz zurückfallen, müssen wir eigentlich direkt Atem kommen! Aber nein! Das musst du natürlich auch hier lecken! Komm schon! Ei, 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 ei! Komm schon! Das ist ja nicht normal, was in diesem Raum abgeht! Komm schon! Alter! Wie? Schau doch mal wie es leckt! Natürlich! Ich habe falsch geschliftet! Ey, komm schon! Items! Item! Item! Kann doch nicht sein... Nein! Item wird laut! Ich glaube ich das hasse! Nein! Ich glaube ich werde kein Item mehr bekommen! Rechtzeitig! Ey! Mein Weg, dass er rumlägt ist! Ich komme von meinem Item direkt! Ach komm! Der Raum! Ja! Noch 8er geworden! Ja! Ist klar! Am 7er! Noch 8er! Wollt ihr Scharschen? Ey, dieser Raum leckt ja übelst! Alter! Dieser Raum ist viel länger als ich dachte! Cool! Ich war schon den Partner aber! Ha! Schief und freigeschaltet! Ich weiß jetzt schon wie der Part heißt! Ha! 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 Ah! Dann müssen wir auch durch diese Hölle durchschlagen! Dieser Raum leckt! Dieser Raum leckt! Eieiei! Wie viel rein würde ich auf der Kraft denn? Komm schon! Puh! Diese Hitze! So! Komm schon! Der Raum! Kann das mal losgehen? Wollen wir loslegen oder dann lass uns? Komm schon! Nein! Nicht warten! Ich bleibe der beim Aufnehmen! Und einer fliegt noch raus! Noch einer! Yo! Oh! Oh! Wie laggy ist dieser Raum in Wirklichkeit? Gibt's einen laggy? Ähm! Leg-o-meter? Leg-o-meter? Ja gut! Naja! Ja, aber... Die Fabulous kommt schon! Es kann doch nicht sein! Das Mario hat jetzt schon so... So lag! Es kann doch nicht sein! Es kann doch nicht sein! Oh Gott! Jetzt mal wieder einen guten Platz holen! Oh! Da hast du feierhoppen! Ab hier... Mann! Hätte ich genau, wenn man eine feierhoppt! Eieiei! Ja! Komm! Komm! Okay! Jetzt können Sie noch gucken! Wie viel feierhoppen! Ich gucke diese an die... Japaner! Ja! Der feierhoppt deutlich! Okay! Das ist noch... Oh! Oh! Gerda! Nein! Oh! Ich hab' nicht mal nach hinten geguckt! Ich hab' nicht mal nach hinten geguckt! Ich hab' nicht mal nach hinten geguckt! Ich hab' nicht mal nach vorne geguckt! Eieiei! Nein! Was war das denn? Oh Gott! Ich kann nicht mal auf meine Lieblingsstrecke kommen, weil das so... Ich scheiße das für mich in den letzten Runden! Nein! Och komm! Muss einer der Aid haben! Wow! Der war wohl in der Bocken Stimmung! Ich sollte mal schon mal diesen Woll nutzen lassen! Oh hey! Das ist auch eine Haltung! Komm schon! Ey! Wie der eine noch diese Items hat! Lass' ich nicht mal loswerden! Ey! Ich hab' das Gefühl, der möchte ich wollen! Ja, jetzt meinst das! Gut! Und noch die nächste Runde! Ich schaff' nicht! Nein! Beeilung! Komm schon! Schneller! Jawoll! Ich hab' eigentlich den weg! Wow! Komm schon! Boomerang muss werfen! Das hat diesen... Feu! Hoppa! Komm schon! Jawoll! Getroffen! Ich hab' getroffen! Ich hab' getroffen! Das ist nice! Oh nein! Wie darf ich dich so verändern? Mann! Mann! Die hat's ein guter Ausgangsbedingungen! Ich hab' keinen lustig zu beholen! Oder er! Okay, welche nach hinten geschmissen! Wow! Schnell über den... Schnapp springen! Komm schon! Was um? Was war das für ein Leck? Naja, ich glaub' nicht, dass ich was reißen kann! Mist! Nein! Ach komm! Ich hab' dich doch getroffen! Ich hab' dich doch getroffen! Weitere Beach! Ach komm! Oh! Ich hab... Hä? Weil der Kugel will nicht... Hat den... Okay! Okay! Ich hab' kapiert! Der Raum leckt! Ich hab's kapiert! Ich hab's kapiert! Okay! Ich hab's kapiert! Ich hab' den... Ich hab' den Schalter-Leggen! Ich hab' den Schalter-Leggen! Alter, ich hoffe, dass er's den Schalter-Leggen ist! Das wär' jetzt total bescheuert für mich! Total bescheuert für mich! Du-du-du-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Nein, ich bin! Ich hasse es vielleicht nur meinen... Ich hab' ja diese Schlöche da dran! Ja, ich bin einer der wenigen, der da wirklich das tut! Und manchmal, durch die ich mit den Kniebeck es einfach so hängen lasse... Durch die ich da wirklich gegen das B-Knopf, wo dieses... Ah, das kommt. Tja, ist halt so. Ist halt so bei mir. Das ist eben so. Wow, St. Kyokre. Ah, nee. Teninan und Tobago. Interessant, weil... ...selben mal so ein Land zu sehen. Das ist wirklich das eine, das in diesem Land gekauft hat und das spielt. Chi-Chi. Chi-Chi. Komm bei MK8. Alter. Hört ihr auf, wenn die so Haie hoppen, seid ihr nervig. Komm schon. Alter. Jetzt fahr ich sie hoppen bestimmt nochmal. Ja. Ein bisschen zumindest. Oh, manchmal ist es extrem. Macht ganz nur bei Zeitfahren. Nur da ist die Tat wichtig. Und ich hab ja wirklich noch ein Geschäft gehabt. Huyo. Ich muss ja ein bisschen bremsen. Bin ich... Bin ich... Jo. Nein. Du Item-Karo. Du hättest doch werfen können, dass ich neues bekommen. Wenn sie erst plötzlich nicht abschießen können. Aber nein. Du musst natürlich. Oder sind sie... Oder sind die Freunde? Weil ich mich wunderschön, dass er es nicht abschießt. Ne... Hey, Ika. Komm schon in der Kürzung. Durch die Mitte. Jetzt, Alter, noch begonnen. Jawohl. Wollt die Hände zurück. Ey. Immer diese... Alter. Ich kann die manchmal nicht beholen, weil ich hab immer Angst, dass ich dagegen fahre. Schmeiß doch dann Rachel weg. Jawohl. Jetzt direkt noch weiter hinterher. Komm schon, Treffer. Hä? Hä? Hat die nicht getroffen? Achso. Hä? Hat die den Erstplatzier getroffen? Hä? Wow. Einfach den zweiten inkludiert, wenn die Menschen... Ja. Klar, Spiel. Okay. Jawohl. Ich hab Gabi getroffen. Jawohl. Da hab ich steckt. Noch den zweiten Platz halten zumindest. Natürlich. Hä? Alter. Nein! Ach komm. Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Dieser unnötige Sterntreffer. Der Stern hat natürlich alles begonnen, dadurch ich achte werde. So ist Mario Kart halt. Es muss nur ein Anfang, dann kommt der... Es ist Schmetterlingseffekt. Wenn das passiert ist, kommt das hier, und das hier, und das hier, und alalalalala. Ai, 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 ai. So, wie lange hab ich das schon aufgenommen? Ah, das wird meine volle Runde sein. Komm schon. Nächste Strecke. Aber wenigstens nicht Käseland. Ich hab keine Lust auf diese Käseliege Strecke. Und ich hab auch hier eh nur Verluste. Ich hoffe, dass ich wenigstens meine 7 bis 7,9 halte. Das heißt, ich hab auch 10 Punkte verdienen, und da bin ich eigentlich schon zufrieden mit diesen ganzen Lack. Das ist auch ein schwieriger Tag. Weil es auch ziemlich sehr starke Hitze ist. Ach ja, 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 hier in Deutschland, und das war ja auch nicht normal. Aber ich ging wirklich noch gestern draußen, ich hatte Mutjaka. Chichi an mich. So, und diese Strecke ist auch so wunderbar, haha, an die Schuhe gelegen, ja, um gleich Platon aufzunehmen. Aber ich hab irgendwie doch irgendwie Lust, dass es im Song braucht, nämlich vielleicht ein bisschen mehr Staff kommt. Aber ich werde noch heute noch Platon aufnehmen. Das wird direkt als Anschluss den Wert kommen. Das wird wahrscheinlich mit 16 Uhr auch nennen, und das andere Platon, was ich noch aufnehmen werde, äh, um 18 Uhr kommen. Ja, natürlich! Zwei bei Chills! Wenn man dies so macht, so, haltet, nein, ich bin ja auf die Seite, man! Jawohl. Mindestens auch das halb, hab ich ja gekriegt. Komm schon. Komm schon. Jo! Nein! Warum haltet ihr immer eure Green Shels? Ihr habt doch nichts, dass ihr Gegner euch angreiftet. Wieso haltet ihr das noch, anstatt es anzukreffen? Okay, so. Natürlich. Natürlich! Habe ich ja wenigstens gedaufen. Ja! Ja! Das Spiel kann mich doch noch zum Auswaschen bringen. Ich glaube, ich werde nie wieder niemanden nach der Decke bei spielt. Das ist manchmal noch so ein bisschen laggy. So, noch ein paar Minus mitnehmen. Ein bisschen für die Spardusse. Na, die Kamerate sagt, das ist echt gut. Ach, nur ein Pilz und ich bekomme einen Goldpilz. Ja. Warenkart-Logik. Halt. Ist halt so. So. Wow! Was ist denn ein Green Shell? Ich habe das Gefühl, dass da raus wäre... Wer hat den Krudel? Wer hat den Krudel, bitteschön? Ja. Also, seht ihr, wie diese eine Rosalina auf der Map laggt? Das ist doch wirklich nicht normal. Das ist nicht normal. Wie die eine Rosalina laggt. Ja. Die war... Die war erkannt. Ich habe sie gerade vor mir gesendet. Das ist die... Schon wieder. Na, noch. Karte, Ausstand. Scheitenspiel. Ich glaube, nur durch die lags bekomme ich überhaupt schlechte Items. Diese Rosalina, die laggt. Komm schon. Seit wann hat sie mich überholt? Seit wann hat sie mich bitte schon überholt? Hallo, Item. 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 Meine Güte. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ich jetzt noch achte wurde. Ich hätte doch alles Seite bekommen. Hallo? Hallo? Hä? Ja, natürlich ist Erse geworden. Ist klar. Er war doch noch Achter. Ich habe ihn noch gerammt. Und... Ja. Kann mal die Verbindung richtig synchron sein, bitte? Das wird mein letzter Runde sein. Ich habe jetzt... Weil das ist ja nicht zu fassen. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Das ist wirklich nicht zu fassen, Leute. Das ist mein letztes Spiel, aber eindeutig. Dann muss ich mich vor diesen Lechse holen. Die sind noch schlimmer als ein Splatoon. So. So. Ai, 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 ai. So ein heißer Tag. So ein schwüler Tag eher. Weil hier hier kurz wie tropische Regenwand gewirkt. Also so stundenlange Hitzewelle und dann kurzzeitig wie gefühlte 30 Minuten starker Regen. Und dann wieder ist... Ja, ist Europa jetzt auch ein tropisches Regenwaldgebiet geworden für diesen Monat? Ist es schon soweit? Dass er noch so übelst stark ist und da wieder stark heiß wird? Oh, die schreckt sich schon wieder. Ach komm, wenigstens mal einen stabilen Platz. Komm schon. Nach dem Park muss ich eindeutig eine mittlere Stunde erholen. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein eben. Jetzt siehst du, muss ich wenigstens weg. Ja, Gott sei Dank. Die Leggeste überhaupt ist endlich weg. Wenigstens kann ich da wenigstens normal fahren. So. Boah. Das wird ein Part. Und dieser Part 3 hört mich immer noch erfreulich. Glaube ich. Wer weiß. Ein schön gefahren. Und noch ein schön Stun. Und diesmal ist man... Wow. Diese Bombe hat mich erschreckt. Aber der war nicht schlecht gewusst. Das muss ich schon sagen. Der war... Der war nicht schlecht. Nein. Nein. Oh. Sechs sind doch weiter raus gebiftet. Wirklich Gabriel. Ja Gabriel. So. Nein. Stand. Stand. Oh. Nochmal Stand. Haha. Ja komm schon. Nein. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Boah. Alter. Aber manchmal könnte ich nur zum ersten gehen. Hab schon genug solche Situationen erlebt bei Mario Kart. Acht. Nein. Aber ich hab's nicht Stand gemacht. Was werde ich noch. Ich will von dir Stand sehen. Schöne Moves machen. You gotta move. Mal ein bisschen vor diese Hitze. Nein. Ich fahre noch auf eine Banane. Der Moment wo Blooper effektiv wird. Hahaha. Das ist ein Moment wo der Blooper effektiv wird. Nein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hauptschön. Perfekt beim Ansnipe. Nein zuck. Nein. Supertoad. Warum. Ich kann am dritten noch halten. Kann doch nicht sein. Ich bin jetzt auf Wummermann geklafen werde. Pff. So. Wie habe ich mir gedacht, dass ich die mal vorne gucken kann. Ja. Da war es das Mal für heute. Puh. Aaaaah. Bis bald. Ihr Maulkats Freunde. Euer Encelner Nelz. Untersticht Gamer. Tschüss. Waaah. Die Hitze. Diese Hütze, man.